hallo und herzlich willkommen zu einem neuen projekt mit dem toey hallo und mir dem applebaum und ich muss die begrüßung gerade ablesen hier zu minec war das spiel also minecraft minec der modus auf dem shotballserver auf meinem zettel steht minec2 stimmt meine ja da war kaffee fleck ja und wir wollen gerade wir sind ein bisschen ausgerüstet und wir wollen gerade in diese stadt hier rein und es ist hier pvp an passiert mal gucken ob wir sterben oder nicht vielleicht gibt es auch heftigen glut ja dann gehen wir mal rein konzentriere ich werde ausrüsten nicht mehr den abspick zettel benutzen ab geht's ok sprint oder ich bin ich würde sagen wir gehen erstmal so außen entlang und gucken sowas und ich würde sagen dass wir in das große haus reingehen erst in die klein oder auf den markt gehen oder das ist ein tür da gehen wir rein da gehen wir hier und heute gesehen machst du den knuff oder soll ich immer drauf achten ich habe ich habe ja viel zu viele davon und auf der tür woher geben wir nie wieder raus doch hier sind so platten okay dann herr und wie wollen wir kann man es abholen schön wär's auch wenn du bist durchgelaufen erst klar kann vielleicht was gibt es hier besonderes kann break gravel kabel gar leider von uns hätte ich auch nicht her gekommen hier gibt es nichts vielleicht bleibt man im raum für das ist einfach so schutzraum das könnte sein entweder ist das ein schutzraum oder die kiste wurde gerade es gelutet das kann sein das kann aber auch heißen das ist natürlich doof warum ist das schild vor dachte ich auch hier kommt schon die ersten Zorn ist ja jetzt dass der Zorni abgeraumt okay aber wenn wir wieder rein doch ich hab noch vier knapp und da wird keine hausdauer und was ich hieß den ab er hat schon geholfen um da auch noch keine feine ich treffe ihn einfach nicht sollte seine helme wieder anziehen das ist meine hoffnung genau weil wir nehmen immer von außen da rein nicht durch die treppe das ist wichtig ganz nikkelig und immer die tür zu machen sehr wichtig hier sind keine tollen Sachen drin ja ich kann meinen Helm da durchreparieren vielleicht ist in der Stadt allgemein kein BVP an kann das sein ich bin im Haus ja schlagt mich hier dafür sind freunde da ist eine kiste okay ich beschütze dich gut sie oder ich habe sie in wasser was hat er nix da lass mal das große Haus rein ja da schon Zombie soll ich das abschießen mach mal ja dann geh mal weg da oh yeah da kommt noch eins da kommt noch eins ein Leder Zombie glaub ich ich seh den Kopf nicht oh das kann sich teleportieren kommst du klar Tobi oh was hat das gedroppt ich glaube ein Heiltrank äh Tobi so war schon mal eben kurz ja eine scheiß Nachricht das ist meine letzte Wasserflasche die hier ich habe auch nur noch zwei okay ins große Haus ins große Haus das große Haus bei Planlern da kommt ein Zombie ok 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 auf Wiedersehen tschüss ok 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 hier ist ja hier ist eine Kirche oder wie sieht so aus kommst du in der Kirche soll ich ihn abschießen ja oh jo das war ziemlich schlau du durch oder einer in unserer Nähe gestorben nicht die wir auf jeden Fall mit nee nicht noch kann eigentlich nicht ne egal wo wir noch hochgehen Moment ja du kannst das schon hochkennen ok du hast aber noch eine Kiste übersehen hier unten ja sicher Eiltrank ne Axt verdammte Axt ne Axt verdammte Axt nur ne Axt hier ist nichts in der Kirche in der Kirche Gott ist nicht mit uns ah noch eine Kiste an der du vorbeinhalten musst hast du Platz für nen Trank da kommt noch eine mhm ups daneben geschossen jetzt haben wir mal die Pferde ein aber wirklich in die große Stadt gehen mhm ok erstmal heilen können wir schon äh shiny toe ist das ein Spieler ne warte warte ich schieße auf ihn drauf das ist genau der Zorn wieder oh 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 damage das war ein Header der hat auch viel Leben und Pfeile komm her krieg ich die? ja ich kann eh nicht aufnehmen ne 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 den Haltrand kannst du vergessen den nehm ich nicht der hat Level 2 ja ich auch ich hab auch welche die Level 2 haben was ich ein bisschen schade finde dass wenn man Heiltränke trinkt dass man oh es leckt es leckt ja ja dass die Heiltränke keinen Durst löschen ne schön wär da ist ein Spielernamen Sneaken oh da vorne da da sind zwei sogar siehst du die? ja ja doch wollen wir die besiegen oder wollen wir abhauen? ich würde sagen wir gehen weg also ich würde sagen wir gehen in die Hauptstadt jetzt also unser nächstes Ziel ist die Hauptstadt ja dann sprinten wir mal raus hier essen brauchen wir dann eh nicht mehr ja ich hab Glück wissen die raus sind ansonsten gibt's hier irgendwo einen Ofen oder hast du einen Ofen gesehen? ne müssen wir anschleichen machen da ist ne Kiste weil die haben Eisenrüstung gesehen haben die? ne ich hab die nicht gesehen hast du die gesehen? die haben Eisenrüstung ja sonst hätte ich nicht gewusst dass die Eisenrüstung haben stimmt ich renne einfach hin bin mir grad auch nicht sicher wo ich hin muss einfach geradeaus wo bist du? ja das ist nämlich die Frage wo bist du? ich bin einfach geradeaus aus dem Markt gelaufen aha bist schon aus der pvp-zone raus? ne du mach da ist sie ja jetzt bin ich raus fuck du bist einfach aus dem Markt raus ich glaube ich weiß nicht immer ich verschenke mich einfach hinterbauen oder so ich verschenke mich einfach hinterbauen oder so passet zu meinem Namen la 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 äh ich sie die Eisentür ah ich bin richtig jo recht bis hier kommt noch jetzt wo bist du jetzt? ich bin auf jeden Fall ja nicht meine Pfeff ja das ist ja nicht wie? oh hi alter wenn die Eisenrüstung hat ne lass mal weiterlaufen weil ich hab nicht mehr viel trinken weißt du denn wo die Hauptstadt ist? nein soll ich nachgucken? ja schnell ich beschütze ich ja dann warte ja genau so dann sag mal an wie die heißt boah da muss ich selber auf die Karte gucken ne ich weiß schon oh pvp ohne disabled wum komm ich lass mal was essen ist das die wo ich gespawnt ne ne die mit den zwei wegen auf der Insel? ja das ist die Hauptstadt warte ich kann hier den Namen der die ganz unten rechts ist ne 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 ähm warte wo hast du mir das denn geschickt? galt guack den Skype ist der Link verzessen ja welch ist Skype? ich hab da mehrere Chaträume ich glaub privatchat also an übrigen spieler ja ich bin nicht mehr BOP die haben ledersuchen wollen wir die quatschen? ich finde den link nicht tue ich ja wir auch nur einer ist verwundbar wir könnten ihn jetzt klatschen oder wir heilen die wir sollten lieber schauen dass wir ja bekommen wir warten muss über die linie sind ich habe keine ja schon ja ja dann kann man nur klatschen wenn du selber auch klatschen darf ja ja dass die stadt die im wasser ist sozusagen ja gut dann weiß ich ja dann schnell ich habe noch nicht mehr viel durst trinken wer ist die stadt denn hier wie wenn es ja gut ich habe das gefühl dass ich verdursten werde auswählen daher ja gut ach ja und das projekt machen wir nicht nur zu zweit sondern mit jochen also dort t4 oder mit wolf um genau wollen wir rechnen und einmal bieten zu unserer heimatstadt und trinken und dann können wir was zu trinken wollen ja und dann wenn wir trinken haben dann würde ich sagen dass wir das ist ja das ist ja 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 ich habe genug essen okay dann ist er gut ja und genau und genau das ist mein Heimatdorf hier hier kommen wir her ja das ist unser Village wir müssen zum Wasser hier ist Wasser so dann gehen wir zum Ofen brennen wir mal den Shit hier hast du zwei Weizen zufällig nö nicht mal eins ok weil ich hab gar kein Wohnen das ruckelt gerade ein bisschen ich weiß nicht warum Internet das auch das sowieso aber auch PC dann würde ich mal gleich mein Kurs zu machen ne ich hab von unlimitierte Sichtweite auf 16 glaube ich gestellt ok deswegen hast du die Gebäude gesehen und ich nicht mhm äh noch irgendwas brennen ja die Fische ich muss gleich auch noch ein Wasser brennen ok kannst du mir zuwerfen dann kann ich das machen ok das solltest du gleich tun weil ich hab noch Hitze im Ofen bist du im rechten Haus hier oder? ja bin schon fast da ne musst du jetzt selber machen bösen Kopf wir können eigentlich losgehen was ist denn wenn ich das und das zusammenpacke? cool was ist passiert? du kannst ähm du kannst ähm ledersachen die ruinierten sozusagen kannst du mit deinen ähm verbesserten zusammentun ok ja ne und dann würde ich sagen das wär's für die erste Folge ja ne so gut bis zum nächsten mal tschüss bei den LP Agents